Transformationsmeditation zur Wandelzeit Wir befinden uns in einer Schwellenzeit, die uns alle vor große Herausforderungen stellt. Um die aktuelle Kraft, die aktuellen Energien zu transformieren, suche dir einen ruhigen Platz, einen ruhigen Ort, der dir Geborgenheit gibt. Setz dich aufrecht hin. Atme ruhig und entspannt und gehe mit deinem Bewusstsein in deine Mitte. Deine Mitte ist jener Ort in dir, wo du ganz bei dir bist, völlig authentisch. Atme in deine Mitte. Verbinde dich nun aus deiner Mitte heraus mit der Mitte der Erde. Stell dir vor, wie aus deiner eigenen Mitte ein Lichtstrahl bis zur Mitte der Erde reicht. Verbinde dich aus deiner Mitte heraus über den Scheitelpunkt mit der Himmelsmitte. Stell dir vor, wie aus deiner Mitte heraus ein Lichtstrahl hoch, hoch, hoch in den Kosmos reicht. Atme nun die Kraft der Erde und die Kraft des Himmels in dich ein. Lass über diese Verbindungen die Kräfte in deine Mitte strömen. Atme weiter die Kraft der Erde und die Kraft des Himmels ein. und visualisiere dabei, wie sich diese Kräfte über deine Mitte hinaus ausdehnen in deinen ganzen Körper. ох, hoch, hoch, hoch. Hang weiter? Okay. So? Oh. Und die eingeatmeten Kräfte dehnen sich weiter aus, über deinen Körper hinaus. Sie erfüllen deine Aura. Und vielleicht hast du auch Lust, diese Kräfte noch weiter auszudehnen, so weit es dir angenehm ist, in den Raum um dich herum. Die Aura Die Aura Halte mit einem Teil deines Bewusstseins diese Ausdehnung aufrecht. Fokussiere aber nun den Hauptteil deines Bewusstseins wieder auf deine Mitte. Visualisiere eine violette Flamme, ein violettes Licht in deiner Mitte. Violett ist die Farbe der Transformation. Violett steht zwischen dem aktiven Rot und dem eher passiven Blau, zwischen Yin und Yang. Atme die Kraft der Erde und die Kraft des Himmels ein. Beide Kräfte strömen in deine Mitte und entfachen diese violette Flamme. Sie wird größer und größer. Das violette Licht dehnt sich in dir aus und erfasst deinen ganzen Körper. Es wandelt Angst in Mut. Es wandelt Aggression in Liebe. Und die Flamme, das Licht dehnen sich noch weiter aus. Sie erfüllen deine ganze Aura. Auch dort vollzieht das violette Licht seine transformierende Kraft in dir. Und wenn du magst, kannst du das violette Licht noch weiter ausdehnen in den Raum um dich herum. Vielleicht zwei, drei Meter. Vielleicht zwanzig Meter. Vielleicht hunderte Meter. Und vielleicht mehrere Kilometer. Visualisiere, wie dieses violette Licht entfacht durch die Kraft des Himmels und die Kraft der Erde, sich aus deiner Mitte heraus ausdehnt immer weiter. Und es wandelt auch in der Landschaft Angst in Lebensvertrauen und Wut und Ärger in Liebe und Zuwendung. Wie dieses. Wir sehen uns mit dir. Und hier ist es mir wieder. Es wird nur eine kleine Musik für die Kraft des Himmels und die Kraft des Himmels. Das Licht erfüllt den Raum und die Landschaft um dich herum. Es erfasst Menschen, Tiere, Pflanzen, ja die Erde selbst. Es bringt deinem Umfeld jene Transformation, die wir aktuell in dieser Schwellenzeit so dringend brauchen. Sieh die Landschaft in violettes Licht getaucht. Du darfst diese Visualisierung so lange halten, wie es dir angenehm ist. Ansonsten kehre jetzt zurück in deine Mitte, spüre deinen physischen Körper und sei dir bewusst, dass deine Meditation die Welt ein Stück weit verändert hat. Vielen Dank.